Hier kann man zum Beispiel auch sagen, dass man Terrasse möchte, wenn man unten sein möchte, oder Balkon. Das hier unten sind alles Familienzimmer. Haben die ein separates Schlafzimmer, die Familienzimmer? Haben die ein separates Schlafzimmer, die Familienzimmer? Ja, man hat so eine Tür, das kann man von hier aus ganz gut sehen. Die haben vorne diese Betten und die hier in der Tür. Dann haben wir auf der anderen Seite Familienzimmer, das ist dann auch, also einige haben dann das Zimmer vorne, das sind dann auch so zwei einzelne.